Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, das Shirt ist prima. Der Druck hat bereits einige Wäschen ausgehalten, ohne sich zu lösen oder zu bröckeln. Einzig die Ärmel erscheinen mir etwas zu lang. Ist aber nicht weiter schlimm. Der blaue Mädchentraum. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.